servus türchen nummer drei im dezember weihnachtsaktion präsentiert von chroniken der spiele hot sexy und knuffig na wollen wir denn mal wieder gucken was im dritten türchen drin ist ich merke schon ich rolle gern mein er aber ich lebe ja in bayern ich darf das ja auch na gucke mal da was springt denn so bunt und farbig mir und uns entgegen ein neues tierbild von euch gezeichnet ich kann mich an dieses bild sehr gut erinnern weil das wurde in einem livestream gezeichnet das fand ich recht lustig und da konnten die teilnehmer entscheiden was gemalt werden sollte und da sie sich nicht alle einigen konnten wurde aus diesem tier ein rabe schwein ente und affe der kopf ist ein rabe der rumpf ist ein schweinchen die füße sind ein entchen und die arme eben ein äffchen wunderschönes bild ich musste jetzt gerade schmunzeln weil es hat auch noch drei kleine also irgendwann werden die immer mehr immer mehr und übernehmen die kontrolle auf youtube und sehr sehr schön gezeichnet muss ich sagen auch mit viel viel liebe und ja das war das dritte türchen ich wollte noch mal sagen denkt daran zu voten für eure bilder die euch natürlich gefallen können natürlich jedes bild wollten aber auch die halt euch gefallen damit ich die dann irgendwann rausziehen kann für das gewinnspiel lassen wir noch mal das bild auf uns wirken und dann sage ich ja bis zum nächsten türchen wir lesen sehen und hören sie es wieder bis zum nächsten mal